Im Sanierungsfall macht es Sinn, über Lichtmanagement und Sensorik nachzudenken. Hier haben wir die Möglichkeit, bis zu 26 Prozent mehr Energieeinsparung zu haben gegenüber ungeregelten Systemen. Bei Lifelink SwarmSense klingt der Einstieg in die Sanierung spielend einfach. Dieses System findet überall Anwendungen, wo wir keine Möglichkeit haben, baulich bedingt DALI-Leitung nachzuziehen. Alle Komponenten sind bereits in der Leuchte integriert. Diese vernetzen sich über Bluetooth Low Energy. Die Erfassung erfolgt über Hochfrequenzsensoren in der Leuchte. SwarmSense steht für intelligente Vernetzung, vorauslaufendes Licht und ideale Orientierung in einem Gebäude. Wir haben noch die Funktion Grundlicht für eine sichere Orientierung. Wir haben einen Lichtschwellwert, um halt auch nur dann Licht einzuschalten, wenn es benötigt wird. Und eine intelligente Gruppenbildung, um halt dementsprechend die Leuchten smart zu machen. Lifelink SwarmSense können wir überall dort einsetzen, wo wir stark frequentierte Bereiche haben. Hierbei können wir dies in Feuchtraumleuchten integrieren, beziehungsweise auch in Wand- und Deckenleuchten. Diese finden dann Anklang in Industrie-, Office-Anwendungen oder größeren Parkhaus-Anwendungen. Die Inbetriebnahme erfolgt zum einen über unsere Lifelink SwarmSense App, beziehungsweise wir haben auch die Möglichkeit, die Anlage direkt am Baustein zu konfigurieren. Dies gewährleistet Zukunftssicherheit und die gewisse Flexibilität. Insgesamt lässt sich sagen, dass Lifelink SwarmSense die einfache Möglichkeit ist, bei einer Sanierung sich mit Lichtmanagement auseinanderzusetzen. Ganz in unserem Sinne, simplify your light.